Diesem Spiel waren die bislang umfangreichsten Sicherheitsvorkehrungen in der Geschichte des Rostocker Fußballs vorausgegangen. Zig Einsatzwagen, insgesamt 600 Polizisten, Bundesgrenzschützer, Ordner und private Wachmänner sollten der Gewalt die Stirn bieten. Sollten, denn leider entgleisten wieder einige der sogenannten Fans, vor allem aus den Reihen der etwa 500 angereisten Berliner Anhänger. Zuerst auf dem Weg ins Stadion. Die Wismarische Straße in Rostock liegt schon zwei Stunden vor dem Spiel einem Schlachtfeld. Scheiben wurden eingeschlagen, Geschäfte geplündert. Rostocker Hooligans lieferten den Berlinern stellenweise Straßenschlachten, Verletzte blieben leider nicht aus. Die blinde Gewalt setzte sich im Stadion fort. Die Berliner ignorierten die ihnen zugewiesenen Blöcke, besetzten dafür die Reihen der Hansa-Anhänger. Dabei kam es zu Schlägereien, selbst Kinder wurden verletzt. Der Polizei wurde hier der Vorwurf des zu späten Eingreifens nicht erspart. Das Hickhack um die Eintrittskarten kann nicht der Auslöser der Gewalt gewesen sein. Wie gewisse Boulevardblätter heute berichteten, sollten die Berliner teurere Karten mit verändertem Aufdruck bekommen. Aber Hansa hatte die Preise generell erhöht, also mussten alle, ob Berliner oder Rostocker, tiefer in die Tasche greifen. Hoffen wir, dass die Rostocker Bürger heute Abend keine Angst mehr haben müssen. Die Polizei indes befürchtet noch eine zweite Welle der Gewalt. Hier die Berliner Fans noch Minuten nach dem Spiel. Bilanz des Grauens, 21 Verletzte, darunter neun Polizisten, acht Festnahmen, 17 demolierte und geplünderte Geschäfte, mehrere beschädigte Autos. Manch einer stand fassungslos vor einem Trümmerhaufen. Vielen Dank.